Das World Economic Forum ist im Jahre 1971 von einem deutschen Professor gegründet worden, der damals gerade einmal 32 Jahre alt war und über nur fünf Jahre Berufserfahrung verfügte. Dass das WEF trotzdem zu einer weltbedeutenden Organisation mit ungeheurem Einfluss werden konnte, liegt daran, dass er damals mächtige Helfer im Hintergrund hatte. Wer diese Helfer waren und wie sie ihm geholfen haben, das erkläre ich in meinem neuen Buch World Economic Forum – Die Welt macht im Hintergrund.